So, dunkler Wall. Die dunklen Embleme haben eine Barriere errichtet, die bewirkt, dass der Dämon Sombron weniger Schaden nimmt. Besiege die dunklen Embleme, um die Barriere zu schwächen. Dunkle Embleme. Dunkle Embleme sind anfällig für Angriffe von Einheiten, mit dem einem Emblem aus derselben Welt synchronisiert oder im Bündnis sind. Und, das ist ein Problem. Ich habe nämlich nicht jedes Emblem dabei. Vor allem, woher soll ich wissen? Was ist das eigentlich? Verzerrter und dunkler Gott. Und Schattendrache. Woher soll ich wissen? Schattendrache. In welchem Teil hat man einen Schattendrachen bekämpft? Oder einen dunklen Gott. Dunkler Bischof. Kriegsvater. Ist mir doch egal. Ich greif die einfach an. Kriegsvater. Kriegsvater. Die Wun air ist ein Schattendrache. Oder einen kurzen Schaden. Schaum, guck dich doch mal an. Okay, eine Barriere ist weg. Okay, das ist eine Barriere ist weg. Sind dort vielleicht die Embleme auf diesen Dingern? Müssen wir die Siegel... Oh. Das machen wir noch nicht. Ach, dann kann ich ihn aber nicht mehr angreifen. Nee, dann nicht. So, schwächen wir das Siegel noch ein bisschen mehr. Wie wurde ich so leicht bewegt? Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja. 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 Also, der hat einfach mal 100 KP. Ich weiß schon, was ich mache. Ich verstärke es. Ich geb ihr ein zweites Leben. Boom. Sonst könnte es böse enden. Ei, 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 ei. Nö. Nö. Sogar kritisch hier. Ah, was ist los, oder? Ich geb mal in Sicherheit. Äh, ich geb mal in Sicherheit. Ja. 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 Okay, let's go. Ah ne, den nehmen wir für uns für nächste Runde auf. Ohohoho, wenn die angreift, ist einfach mal halbes Leben weg, ey. Und ich mache mehr Schaden, wenn da... Komm, den Würmentötter. Ich hau einfach alles drauf. Wie man sieht, bringt es dem eh nichts, mich anzugreifen. Oh nein. Immerhin ein bisschen Schaden. Das ist ein Schwächling, ist das. Das ist ein Schwächling, ist das. Ich bin ein Schwächling, ich bin ein Schwächling. Ich bin ein Schwächling. Ich bin ein Schwächling. Das ist das. Eieieiei. Obwohl, nee, warte mal. Ich bin ein Schwächling. Wenn ich eh Schaden bekomme, dann kann ich auch mit dem großen Messer angreifen. Ich kann auch mit dem Schaden. Ich kann auch mit dem Schaden. Ich brauche die Schaden. Auch eine Schadenung. Ich kann auch mit den Schaden. Ich bin auch mit dem Schaden. Komm. Hoffen wir mal, dass die uns nichts... Und das zweite Leben ist weg. Mal sehen, was er noch macht. Oh, der greift alle an. Oh, der hat nur einen getroffen, kann das sein? Oh, dieser Schmetterschlauch. Oh nein, das war's für so Zitrin. Zitrin ist einfach ein Schwach. Ich kann auch nicht so gut ausweichen. Oh, der greift alle an. Oh, der greift alle an. Oh, der greift alle an. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Da war es nur noch ein Leben. Wir greifen jetzt alles, allesamt. Das war's für mich. Das war's für heute. So, welche Farbe? Hm. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal blau. Ah, hätte ich auf dich hören müssen. Und da ist er auch schon tot. Wolltest du das nicht vorhin so fortmachen? Noch ein paar Stunden. Ich bin wieder auf. Au cane! Ich habe es nicht ausgegeben, oder? Das ist jetzt nicht so. Nein, 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 nein. Na machen wir Teleport Ragnar, da kriege ich nämlich keinen Schaden. Gibt es einen, der überlebt? Ne, das... Ja, das Überleben war und er stirbt vorher. Ja, das ist ein Schaden. So... ja... ja... ...moo... ...ahe-nu-no... ...da-na... ...was-ta-chi-no-ka-chi-des, SONBUR. So-ka... ...wotas-ha... ...ka-he-re-nu-no-da-na... ...da-ga... ...それもよい... ...moo...疲れてしまった... ...あの者の影を... ...追い続けるのには... ...いしずえの紋章師のこと? ...ふとしたときに思い出すのだ... ...もりの中に... ...岩陰に... ...木のむくろのそばに... ...あの者がいるような気がして... ...しかし... ...もうそれも終わる... ...なぜその紋章師のことを求めるのですか? ...誰かに... ...あなたは最後まで... ...父さんとは呼びません... ...あなたは私にとって... ...憎むべき悪... ...倒した邪流として覚えています... ...これからも... ...好きにしろ... ...私は一人... ...死するときとて同じこと... ...迎えも... ...慈悲も... ...哀れみも不要... ...同型にも会えずに... ...ただ... ...消えるのみ... ...呪文は... ...覚えていないのですか? なに? なに? 石杖の紋章師の呪文です... すでに試した... ...何度も... ...何度も... ...だが... ...二度と現れはしなかった... それでも... ...もう一度呼ぶ価値はあるかもしれません... ...これが最後なら... こ... がっせ... ...焦がせ... ...石杖の... ...エンブレム... うっ... うっ... この光は... はぁ... 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 やっと... やっと... ...会えたのだなぁ... パパ? そこには何も... 何もありません... そこには何も... 何もありません... でも... きっと... ソンブルにだけは... 見えているのでしょう... ただ一人... 心を許した... 懐かしい友の姿が... はぁ... 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 はぁ...